Hit Radio FFH sucht Hessens Next Top Witz. Drei ältere Männer sitzen auf einer Parkbank und sagt der eine, meine Frau hat damals doppelte Lottchen, hat sie als Buch gelesen, hat sie Zwillinge bekommen. Hat der zweite, weißt du, was bei mir war, meine Frau hat hier den Film gelegt, die 3 von der Tankstelle, hat er geliebt, wirklich den Film. Und da hat sie Drillinge bekommen. Und der eine steht auf, ich muss nach Hause. Meine Frau liest gerade Alibaba und die 40 Räuber. Hessens Next Top Witz. Jeden Morgen bei Hit Radio FFH. Und was ist dein Lieblingswitz? Schick ihn uns per WhatsApp Sprachnachricht. 069 1972 5.